Ja, ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Video. Und ich grüße euch zu einem neuen TechCheck-Video hier auf meinem Kanal. Ja, und heute führen wir quasi hier den Kampf der Giganten durch. Wir führen den großen Vergleich zwischen dem AG-G2 Evo OLED und dem Sony A95K QD OLED TV durch. Wir führen den Vergleich anhand meiner Testergebnisse durch, die ich in meinen Review-Videos erzielt habe, als auch in den Firmware-Analysen des AG-G2 Evo OLED TVs. Das wird die Grundbasis dieses Videos sein und dementsprechend werden wir die beiden Fernseher miteinander vergleichen. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, das Review-Video zum AG-G2 Evo OLED und das Review-Video zum Sony A95K QD OLED habe ich euch aber auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Den G2 und den A95K haben wir auch in dem Review-Video zum Sony A95K selbst miteinander verglichen. Da habe ich den AG-G2 Evo schon als Referenzfernseher verwendet. Hier in diesem Video werden wir das jetzt aber so machen, dass die Fernseher in den jeweiligen Kategorien miteinander verglichen werden. In dem A95K-Video war es so, dass ich den AG-G2 nur in bestimmten Situationen genommen habe. Hier werden wir jetzt wirklich beide Fernseher miteinander direkt vergleichen. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem großen Vergleich und beginnen mit den technischen Daten. Der AG-G2 Evo OLED TV ist verfügbar in den Größen 55, 65, 77, 83 und 97 Zoll. Der Sony A95K da im Vergleich ist verfügbar in den Größen 55 und 65 Zoll. Die QD OLED-Technik, die der A95K-Fernseher verwendet, ist aktuell 2022 nur in den Größen 55 und 65 Zoll verfügbar. Dementsprechend ist dieses Video hier auch eher für Leute, die einen Fernseher in den beiden Größen suchen und sich dementsprechend hier den AG-G2 in 55 und 65 Zoll mit dem A95K vergleichen. Wo wir gerade von der Panel-Technik sprechen, würde ich sagen, gehen wir da gleich drauf ein. Der AG-G2 Evo OLED verwendet hier das moderne AG-OLED EX-Panel, das auf Deuterium basierende EX-Panel, welches diese neue Pixelstruktur als auch Verdrahtung verwendet, die AG-2021 vorgestellt hat und jetzt 2022 beim AG-G2 Evo OLED angewendet hat. Der Sony A95K verwendet hier im Vergleich die brandneue QD OLED-Technik, die aus dem Hause Samsungs kommt. Die QD OLED-Technik setzt hier einen ganz anderen Ansatz an, was die OLED-Umsetzung angeht an sich und verwendet hier ein OLED-Panel in Kombination mit der Quantum-Dot-Technik von Samsung, die auch bekannt ist von den QLED-TVs. Dementsprechend vergleichen wir hier quasi zwei OLED-TVs, die brandneue OLED-Technologien verwenden, einmal das neue OLED EX und das QD OLED. Auf Seiten der Bildwiederholungssequenz unterscheiden sich die beiden Fernseher auch ein wenig. Laut den technischen Spezifikationen verwendet der AG-G2 Evo OLED hier eine 120Hz Bildwiederholungssequenz. Der Sony A95K ist laut Sony hier nur auf 100Hz limitiert. Wobei ich dies hier ein bisschen mit Vorsicht genießen würde, denn der Sony A95K kann auch 120Hz Signale verarbeiten und das Samsung QD OLED-Panel ist auch auf 120Hz ausgelegt. Daher gehe ich auch davon aus, dass Sony hier dementsprechend auch 120Hz effektiv Anliegen hat. Die bewerben es aber nur mit 100Hz. Dementsprechend würde ich das jetzt hier mit Vorsicht genießen und bei beiden ungefähr auch von der gleichen Qualität sprechen, was die Bildwiederholungssequenz angeht. Wenn wir jetzt schon von 4K, 120Hz und Co. sprechen, sollten wir uns jetzt die HDMI-Sektion anschauen. Und da unterscheiden sich die beiden Top-Fernseher der jeweiligen Hersteller doch ziemlich deutlich. Der AG G2 Evo OLED hat hier viermal HDMI 2.1 zu bieten mit jeweils 48 Gigabit pro Sekunde bzw. dementsprechend der maximalen Bandbreite, die HDMI 2.1 zu bieten hat. Der Sony A95K bietet auch HDMI 2.1, dies aber nur zweimal und dann die anderen beiden HDMI-Anschlüsse sind nur mit HDMI 2.0b angebunden. Dementsprechend bietet er auf der Zukunftssicherheitseite eher etwas weniger als das AG G2 Evo. Dementsprechend habt ihr da die Möglichkeit beim A95K nicht vier HDMI 2.1 Geräte anzuschließen. Zumal ihr hier schon wissen solltet, dass einer der 2.1-Anschlüsse auch gleichzeitig der EARC-Anschluss ist. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Konsolen wie die PlayStation 5 und Xbox Series X oder ein Gaming-PC und eine Xbox oder PlayStation 5 parallel betreiben wollt, ist einer der HDMI 2.1-Anschlüsse schon quasi blockiert für den EARC, für die Soundbar oder AV-Receiver. Dementsprechend seid ihr beim A95K ganz schnell darauf angewiesen, einen AV-Receiver zu haben, der ein HDMI 2.1, eine HDMI 2.1-Sektion hat oder ein HDMI 2.1-Switch zu verwenden. Dementsprechend ist, was die Zukunftssicherheit angeht, aufseitens der HDMI-Sektion ist der Sony A95K vor allem in der Preisklasse und jetzt hier im High-End-Segment deutlich unterhalb seiner Möglichkeiten bestückt. Und hier ist der AG G2 Evo OLED einfach deutlich zukunftssicherer. Ja, da wir ja gerade schon von HDMI 2.1 gesprochen haben, sollten wir jetzt über die HDMI 2.1-Technologien sprechen, die die Fernseher unterstützen. Und effektiv unterstützen beide Fernseher hier die gleichen Technologien, die VOR, Auto Low Latency Mode als auch den EARC, also den Enhanced Audio Return Channel. Wobei hier der AG G2 noch etwas weiter voraus ist, das hat aber weniger mit HDMI 2.1 zu tun, sondern an sich, was die VOR angeht. Und zwar unterstützt der AG G2 hier noch zusätzlich FreeSync Premium Pro als auch G-Sync, jeweils zwischen 20 bis 21 Hz bzw. 40 bis 120 Hz. G-Sync, also FreeSync unterstützt der Sony A95K nicht, auch wenn dies durchaus mal im Internet verbreitet wird. Nein, der Sony A95K unterstützt keine G-Sync. Er unterstützt HDMI VR, was natürlich dann auch mit modernen Grafikkarten wie einer Nvidia GeForce oder AMD Radon kompatibel ist. Aber die herstellerspezifischen G-Sync, also FreeSync-Technologien, unterstützt der A95K an dieser Stelle nicht. Da ist der AG G2 Evo OLED hier dementsprechend wieder im Vorteil. Schauen wir uns nun die HDR-Technologien an, die die beiden Fernseher bieten. Der AG G2 Evo OLED verwendet hier HDR10, Dolby Vision IQ und auch HLG. Der Sony A95K ist hier effektiv gleich aufgebaut und verwendet auch HDR10, Dolby Vision und HLG. Wobei der AG G2 Evo OLED hier, was die Dolby Vision Fähigkeit angeht, etwas zukunftssicherer ist bzw. ein Jahr voraus, wenn man so möchte. Und zwar bietet der AG G2 Evo OLED hier an dieser Stelle die neue Rendertechnik Dolby Vision Precision Detail oder auch bekannt als Dolby Vision Precision Rendering oder Dolby Präzisionsdetail. Das ist eine neue Rendertechnik von Dolby für Dolby Vision, die AG mit dem AG G2 oder mit den AG OLED TVs CS, C2 und G2 jetzt im September 2022 implementiert hat. Damit hat man die Möglichkeit, deutlich mehr Details in den helleren Bildbereichen in Dolby Vision herausrechnen zu lassen. Das habe ich auch in einem großen Review-Video zum A95K präsentiert, dass der AG G2 hier in den hellen Dolby Vision Bildmodi deutlich performanter ist als der A95K. Dementsprechend würde ich hier auf der Dolby Vision Seite schon ganz klar den G2 bevorzugen, was die Dolby Vision Rendering Technik angeht. Und wie gesagt, dieses Dolby Vision Precision Rendering oder Precision Detail ist nur in dem Bildmodi Dolby Vision Hell bzw. Dolby Vision Kino Home verfügbar. In dem Referenz Dolby Vision Modus, Dolby Vision Dunkel bzw. Dolby Vision Kino gibt es diese Funktion nicht und da sind beide Fernseher ungefähr auf dem gleichen Level. Bezüglich der HDR-Spezifikationen und Technologien bietet der AG G2 hier an dieser Stelle auch noch ein Gaming-Segment, etwas mehr Performance. Und zwar unterstützt auch der AG G2 hier an dieser Stelle Dolby Vision Gaming im 60- als auch 120-Hertz-Modus. Der Sony A95K bietet keinen spieloptimierten Dolby Vision Gaming Modus. Das sollte man an dieser Stelle schon mal klar sagen in Bezug auf die Dolby Vision Fähigkeit an sich auch, was die HDR-Fähigkeit angeht. Gut, was die HDR-Fähigkeit angeht, ist es auch recht wichtig, uns hier den SoC, also den System on the Ship oder den verbauten Prozessor anzuschauen. Und hier hat der AG G2 den brandneuen Alpha 9 Gen 5 Chip aus dem Hause AG verbaut. Und der Sony verwendet hier den letztjährigen Cognitive XR-Prozessor. Das klingt erstmal ein bisschen negativ, wobei wir hier schon ganz klar sagen müssen, dass der Cognitive XR-Prozessor von Sony weiterhin ganz stark konkurrenzfähig ist und ein sehr gutes Videoprocessing bietet. Vor allem was die Zwischenbildberechnung angeht und an sich den Upscaler. Der Alpha 9 Gen 5 Prozessor ist aber hier etwas performanter, wodurch natürlich dann Dolby Vision Precision Detail möglich ist. Das ist auch das Problem, warum der Sony A95K das nicht unterstützt, da der Cognitive XR-Prozessor hier nicht die Performance als auch den Befehlssatz dafür bietet. Dementsprechend würde ich hier prozessortechnisch beide trotzdem ungefähr auf dem gleichen Level sehen. Da was zum Videoprocessing und an sich die Zwischenbildberechnung und an den Motion Handling und so weiter angeht, sind beide Fernseher eigentlich so ungefähr auf dem gleichen Level. Da ist der A95K mal ein bisschen besser und dann ist der G2 wieder ein bisschen besser. Das sind so Dinge, da würde ich beide ungefähr auf dem gleichen Level sehen. Kommen wir nun zur Verarbeitungsqualität der beiden Fernseher. Hier ist es so, dass der G2 und der A95K sich keine großen Unterschiede aufweisen. Der A95K ist hier nur was die verwendeten Materialien angeht etwas schlechter als der G2. Der A95K verwendet mehr Kunststoff, mehr Plastik als der G2. Der G2 setzt hier auf ein komplettes Metallgehäuse ohne sämtliche Kunststoffmaterialien. Hier ist es beim A95K mit der Rückwand, die aus Kunststoff ist, etwas qualitativ schlechter, welche dann auch noch festgeklebt ist statt festgeschraubt. Das ist so eine Sache, das ist so ein persönliches Ding, wo man auch ein bisschen unterscheiden möchte, was ist einem lieber. Von der reinen Wertigkeit her habe ich das beim A95K durchaus mir erhofft, dass der ein bisschen wertiger ist, was die Qualität angeht. Aber wenn man beide Fernseher nebeneinander hinstellt und sich an sich die von vorn anschaut, kann man nicht sagen, der eine ist jetzt das wertigere Produkt oder der andere ist das minderwertigere Produkt. Beide sind wirklich exzellent verarbeitet und das gehört sich auch so in der High-End-Klasse. Schauen wir uns nun kurz noch die Fernbedienung der beiden Fernseher an. AG setzt ja hier auf die Magic Remote und diese ist mir persönlich etwas lieber als die klassischen Fernbedienungen, die Sony hier verwendet. Da sind aber dann beim Sony zwei Fernbedienungen im Lieferumfang. Einmal eine etwas schlankere, metallene Fernbedienung und dann eine etwas kleinere, klobelere Fernbedienung, die dann zur genaueren Bedienung dient. Das ist so eine Sache, da möchte ich auch nicht unbedingt sagen, das ist besser und das ist schlechter. Oder das ist schlechter und das ist besser. Nein, hier möchte ich schon so ein bisschen persönliche Präferenz auch einfließen lassen. Ich persönlich mag lieber die Cursor-Steuerung von WebEarth und dementsprechend die Magic Remote. Die liegt schön in der Hand, schön groß. Das ist bei dem Sony, finde ich ehrlich gesagt, nicht so dolle. Wobei diese kleinere Fernbedienung, diese schlankere Fernbedienung sehr wertig ist und mir durchaus auch sehr gefallen hat, vor allem mit der Tastenbeleuchtung. Und wenn wir schon von persönlichen Präferenzen sprechen, schauen wir uns auch noch ganz kurz das Betriebssystem an. Hier setzt AG natürlich auf das eigene AG WebOS 22, was komplett auf dem Fernseher optimiert ist und dementsprechend natürlich auch sehr viele Optionen bietet. Hier setzt Sony auf ein Fremdesbetriebssystem und zwar auf das Google TV aus dem letzten Jahr. Das ist auch per se keine schlechte Sache. Das ist nur auch wieder so eine persönliche Sache. Ich mag lieber WebOS, andere lieben lieber Google TV. Daher würde ich sagen, das ist auch etwas, was man persönlich mehr mag. Google TV als auch WebOS bieten beide die gleichen Möglichkeiten, was die Smart-Technologien als auch Apps angeht. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir das hier so lassen, dass es persönlich entschieden wird. Okay, damit sind wir jetzt durch mit dem Vorkram, mit den ganzen technischen Daten und beginnen jetzt mit dem eigentlich interessanten. Und zwar der Bildqualität. In dem großen Review zum Sony A95K haben wir ja schon festgestellt, dass die beiden Fernseher sich ganz schön in die Haare kriegen, was die Bildqualität angeht. Jetzt möchte ich das hier nochmal direkt gegeneinander antreten lassen. Beginnen wir jetzt hier gleich ganz klassisch mit dem Near Black Bereich, mit der Schwarz-Detail-Darstellung. Und hier ist es so, und das ist eine Sache, die ich jetzt immer wieder wiederholen muss, die AG OLED-TVs sind dieses Jahr wirklich referenzverdächtig, wenn nicht sogar die Referenz, was die Near Black-Darstellung angeht. Und erst mit dem Firmware-Update 03.20.24 hat AG beim CSC2 und G2 ordentlich nachgelegt und eine wirklich absolut referenzverdächtige Near Black-Darstellung präsentiert. Und wenn wir das jetzt miteinander vergleichen, das Topmodell AG G2 mit dem Sony A95K, sehen wir hier deutlich, dass AG einfach hier deutlich voraus ist, was die Performance und auch die Optimierung der OLED-Technik angeht. Und dass die in der Near Black-Performance deutlich besser ist als Sony mit dem A95K und der QD-OLED-Technik. Die QD-OLED-Technik, da haben wir das auch beim S95B gesehen, hat mit der Near Black-Darstellung noch einige Probleme. Dementsprechend muss ich hier sagen, dass der G2 mit seiner sehr nahen schwarzen Detail-Darstellung einfach perfekt ist, was die Darstellung angeht. Und der A95K mit einer Detail-Darstellung ab 76 Nits zwar nicht schlecht ist, auf keinen Fall, aber nicht an den G2 rankommt. Im direkten Bildvergleich kann man das durchaus auch sehen, wobei man hier schon deutlich sagen muss, dass die Near Black-Performance des A95K auf jeden Fall sehr tauglich ist und ihr da keine großen negativen Abstriche habt. Aber wenn das perfekte Near Black erreicht werden sollte, ist der AG G2 hier auf jeden Fall die bessere Wahl. Ein nicht zu vergessenes Thema ist natürlich die HDR-Performance. Und hier möchte ich, bevor wir jetzt auf die ganzen technischen Details und Vergleiche eingehen, ganz klar sagen, dass ein Vergleich von HDR-Material nicht darauf bezogen werden sollte, dass es sich nur um Vergleiche von HDR-Spitzenhelligkeiten angeht. Spitzenhelligkeiten sind ein wichtiger Teil, aber gehört nicht nur allein zur HDR-Qualität dazu. Das wird gerne mal ein bisschen durcheinander gebracht. Das möchte ich an dieser Stelle gleich mal vorweg sagen, bevor es jetzt hier zu Verwirrungen kommt. Also in der HDR-Spitzenhelligkeitsleistung sind beide Fernseher hier, was das Testbild-Szenario angeht, auf einem gleichen Level. Verglichen werden hier die Film-Modi, die Film-Nahen-Modi nenne ich sie mal. Und zwar der Film-Maker-Mode des AG G2 und der IMAX Enhanced-Mode des Sony A95K. Das sind die beiden Referenz-Modi, die ich hier miteinander vergleiche. Und da bietet der AG G2 eine HDR-Spitzenhelligkeit von ca. 980 Nit im Testbild-Szenario und der Sony A95K auch ungefähr das gleiche. Beide schwanken mal. Es können auch mal 950 mal 1010 sein. Das schwankt immer so ein bisschen. Denn beide bewegen sich im Testbild-Szenario oft am gleichen Level und bieten ungefähr 1000 Nit. Das ist etwas, was ich jetzt hier schon mal positiv erwähnen möchte. 1000 Nit ist eine magische Zahl, was die HDR-Darstellung angeht oder die HDR-Lichtleistung. Dementsprechend können beide Fernseher, was nach dem Testbild-Szenario her gesehen, HDR-Inhalt oder HDR-Filme, die auf 1000 Nit gemastert sind, auf jeden Fall naturgetreu oder detailgetreu darstellen. Das ist an dieser Stelle schon mal gesagt. So, jetzt ist aber eine Sache, die wir jetzt hier in diesem Teil auf jeden Fall ganz deutlich sagen müssen, und das habe ich im A95K-Review auch deutlich gezeigt, ist es, dass die beiden Fernseher sich im Real-Bild-Szenario, also wenn Filme miteinander verglichen werden, wenn die die gleiche Lichtleistung liefern, sich unterscheiden. Und zwar bietet der AG G2 hier eine deutlich höhere HDR-Spitzenhelligkeit als der Sony A95K. Und zwar bietet der AG G2 hier im Real-Bild-Szenario eine HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 1050 Nit. Der Sony A95K endet hier bei gut 650 Nit, was natürlich ein ordentlicher Unterschied ist, und das ist auch mit dem bloßen Auge deutlich zu erkennen. Ich möchte jetzt hier sagen, bis zu, da es hier natürlich auch ein bisschen auf den Filminhalt ankommt, ich habe es hier dementsprechend mit ausgewählten Filmszenarien als auch mit meinem Real-B-Szenario-Test ermittelt. Dementsprechend ist hier der AG G2, was die HDR-Spitzenhelligkeit angeht, deutlich performanter per se als der Sony A95K. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man hier deutlich sagen könnte, okay, der AG G2 ist auf jeden Fall der deutlich bessere HDR-Fernseher als der Sony A95K. Das ist an dieser Stelle etwas zu leicht gesagt, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Klar, wir haben hier im Real-B-Szenario deutliche Abstriche, was die HDR-Leistung angeht, aber das QD OLED-Panel hat aufgrund seiner neuen Technologie und des besseren Helligkeitsmanagements, sagen wir es mal so, etwas mehr Vorteile gegenüber dem G2 und somit kann der A95K hier wieder aufholen und die HDR-Leistung deutlich nach oben ziehen. Zum einen, was so kleine HDR-Highlights angeht, so kleine Leuchteffekte oder Lichtspiegelungen in den Augen oder sowas, das kommt beim A95K aufgrund der QD-OLED-Technik deutlich brillanter rüber als beim AG G2. Dementsprechend würde ich hier beide schon ungefähr auf einem Level sehen, was die HDR-Performance angeht und dem Sony A95K und dem AG G2 eine sehr gute HDR-Leistung als auch Dolby Vision-Leistung bescheinigen. Das ist auf jeden Fall hier nochmal deutlich unterstrichen. Der AG G2 kann hier, was die Dolby Vision-Performance angeht, natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne preschen, was das Dolby Vision Precision Detail oder Precision Rendering angeht. Da hat er noch ein bisschen mehr Leistung aufgrund dieser neuen Technologie. Das bezieht sich aber nur ausschließlich auf Dolby Vision. Ansonsten würde ich sagen, was die HDR-Leistung angeht und die HDR-Darstellung, sind beide Fernseher wirklich top und der A95K kann aufgrund des erweiterten Farbraums, den er noch besser darstellen kann und der etwas besseren Farbleuchtintensität im HDR-Betrieb etwas mehr punkten und eine leicht bessere HDR-Performance abliefern als der AG G2, trotz seiner höheren HDR-Spitznerlichkeit. Wir haben das Ganze noch mit dem HDR etwas abzurunden, möchte ich noch ganz kurz auf das HDR-Tone-Mapping angehen. Effektiv, HDR-Tone-Mapping ist bei den Fernsehern eher eine nebensächliche Sache, weil beide ungefähr 1000 Nits erreichen und das ist ja der Filmindustrie-Standard. Dennoch ist das HDR-Tone-Mapping erforderlich, wenn HDR-Filme oder Materialien dargestellt werden sollen, die über 1000 Nits sind und dementsprechend das Panel, ich sag mal, überfordern. Da braucht man HDR-Tone-Mapping, um HDR-Details weiter darstellen zu können. Und wenn wir die HDR-Tone-Mapping-Technologien der beiden Fernseher vergleichen, sehen wir hier schon einen deutlichen Unterschied. LG hat dieses Jahr das Dynamic Tone-Mapping Pro implementiert und hat dementsprechend bei den eigenen OLED-Fernsehern die Dynamic Tone-Mapping-Darstellung deutlich verbessert und optimiert. Dennoch ist der Sony A95K hier performanter aufgrund seines QD-OLED-Panels. Das HDR-Tone-Mapping ist beim Sony A95K bis 2500 Nits möglich. Dementsprechend kann der Sony A95K auch helle HDR-Highlights oder hellere HDR-Materialien heller darstellen, zumindest in der optischen Illusion, als der AG-G2. Der AG-G2 endet hier bei ungefähr 2000 Nits. 1500 Nits ist seine Wohlfühlzone, würde ich sagen. Und das ist auch nicht schlecht im Vergleich zur Vorgänger-Generation, die hier ungefähr bei 1000 Nits ihr Ende gesehen hat. Trotzdem müssen wir an dieser Stelle sagen, dass der Sony A95K mit seiner deutlich besseren HDR-Tone-Mapping-Darstellung hellere HDR-Materialien besser darstellen kann, auch glaubwürdiger und auf jeden Fall plastischer als der AG-G2 Evo OLED TV. Um das Ganze jetzt noch weiter abzuholen, müssen wir uns natürlich noch den Auto-Brightness-Limiter anschauen. Das ist aber jetzt nicht unbedingt nur auf HDR bezogen, sondern hat auch was mit SDR zu tun. Und hier ist es auch so, dass der Sony A95K hier aufgrund der QD-OLED-Technik mehr Helligkeit an sich halten kann als der AG-G2. Das ist aber etwas, was sich in etwas, ich sag mal, im Nuancen-Bereich befindet. Der AG-G2 hat bei einem 30% Weißlichtanteil einen Helligkeitsverlust von 65%. Das ist ein enormes Abdunkeln, wenn sehr viel Licht dargestellt werden soll. Dadurch spart der Fernseher entsprechend Strom und fährt natürlich auch die Hitzeentwicklung runter. Beim Sony A95K ist dies etwas wohlwollender, bei 40% Weißlichtanteil fährt da 50% Verlust. Das ist zwar auch nicht sonderlich gut, aber als akzeptabel zu bezeichnen und deutlich besser als aufseiten des AG-G2. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem Thema Farbqualität. Und jetzt wird es schon etwas kniffliger. Der Sony A95K kann aufgrund der QD-OLED-Technik etwas mehr Farbraum darstellen als der AG-G2. Im BT 2020 Farbraum ist der Sony A95K etwas mehr performanter als der G2. Dies ist aber so marginal in dem Unterschied, wenn ich jetzt beide Fernseher nebeneinander hinstelle, sehe ich keinen direkten Unterschied, dass der Sony A95K jetzt mehr Farben darstellen kann als der AG-G2. Laut den Messergebnissen ist das so und das muss man jetzt natürlich hier an dieser Stelle auch dementsprechend bewerten. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt hier, was die Farbqualität angeht. Ist jetzt auch so fast die Farbreinheit angeht, ist der A95K besser als der AG-G2. Schauen wir uns jetzt aber die Farbsättigung an, gemäß meiner Testergebnisse aus den Reviews. Und hier sehen wir auch, dass die Kalibrierung seitens Sonys etwas wohlwollender und homogener ist als seitens des AG-G2. Verglichen wird hier der Filmmaker-Mode des G2 mit dem IMAX-Enhanced-Mode des Sony A95K. Und hier sehen wir, wie gesagt, deutlich, dass Sony die Kalibrierung linear erfolgen lassen hat. Sprich, in den dunklen Bildbereichen bis in den hellen Bildbereichen sind die drei Primärfarben auf jeden Fall sehr linear zueinander, sehr gerade zueinander, wodurch eine saubere, neutrale Farbdarstellung gewährleistet wird. Beim AG-G2 haben wir hier eine leichte Berg- und Teilfahrt. Vor allem, was Rot und Blau in den dunklen Bildbereichen angeht, sagt er hier deutlich ab. Erst bei den klaren Weißbereichen treffen sich Rot und Grün vor allem bei 100%, was äußerst sehr gut ist, aber das Blau ist etwas runtergesättigt. Was prinzipiell aber auch nicht verkehrt ist, das Bildergebnis an dieser Stelle ist durchaus auch als sehr gut gesättigt zu bezeichnen. Dementsprechend können wir hier beide schon durchaus, was in reinen Weißbereichen angeht, als gleichwertig bezeichnen, denn Sony hat hier, was den Blausättigungsanteil angeht, absichtlich etwas mehr Blau reingesetzt. Zumindest ist es das, was ich so anhand meiner Messergebnisse feststelle, so dass die QD OLED rötliche, rosa Färbung, die wir jetzt auch beim S95B festgestellt haben, rauskalibriert ist und dementsprechend eine normale, homogene Farbdarstellung geliefert werden kann. In den dunklen Bildbereichen ist die reinen Farbdarstellungen beim Sony A95K besser kalibriert als beim AG-G2. Beim AG-G2 kann dieses Problem aber sind, wenn mit einer Kalibrierung rausgearbeitet werden. Das jetzt hier an dieser Stelle, also von der Farbreihenheit, von der Farbsättigungsreinheit, würde ich dem Sony A95K hier einen besser bescheinigen als dem G2. Wenn ich dies aber mit dem optischen Auge direkt miteinander vergleiche, dann würde ich schon nicht unbedingt sagen, dass der eine Fernseher besser oder der andere Fernseher schlechter ist. Das ist immer schwierig, kommt auch auf den Bildinhalt an. Hier sind sich beide wirklich sehr ähnlich, was die Qualität angeht. Das möchte ich auf jeden Fall in dieser Stelle nochmal klar unterstreichen. Rein testergebnistechnisch ist der A95K hier aber besser als der G2. Dies ist aber auch, wie gesagt, nochmal marginal zu betrachten. Wenn wir dann, was die Farbdastigungsreinheit angeht, zu dem nächsten Punkt kommen und das ist die D65-Norm, sprich das Treffen des korrekten Warmweißwertes oder des korrekten Weißwertes an sich oder des korrekten Weißpunktes, da ist es so, dass der AG-G2 hier deutlich besser ist als der Sony A95K. Beim AG-G2 ist es so, dass dieser zwar auch nicht die 6500 Kelvin sauber trifft, sondern etwas wärmer fährt, gut 2300 Kelvin wärmer, als es eigentlich sein sollte. Bei dem Sony A95K ist es so, dass der kühler fährt, gut 500 Kelvin kühler als der AG-G2 und gut 800 Kelvin kühler als der AG-G2. Das hat dann letztendlich zur Folge, dass der A95K etwas bläulicher ist in der Weißdarstellung und Hauttöne etwas blasser darstellt. Der AG-G2 ist hier etwas rötlicher, Hauttöne können etwas gesättigter wirken, wenn man dies nach Norm einstellt. Das bedeutet, beim AG-G2 kann man ganz simpel, wenn man die Warmtemperatur ein bisschen rausnimmt, was beim G2 sehr sauber eingestellt werden kann, dieses Problem ganz simpel lösen. Beim Sony A95K ist dies nicht so einfach, die Warmweiß-Temperatur, die Farbtemperatureinstellung ist nicht so fein einstellbar und dementsprechend haben wir hier ganz große Probleme, den D65-Punkt sauber zu treffen. Dies müsste hier mit professionellen Kalibierungsmaterialien nachkalibriert werden, um 6500 Kelvin zu erreichen. Das nochmal an dieser Stelle, also was die reine Weißdarstellung angeht und der filmgenaueren Weißdarstellung und filmgenaueren Farbdarstellung, da ist das AG-G2 etwas besser als der Sony A95K. Schauen wir uns nun das Thema Gaming an und hier muss man schon gleich vorweg sagen, dass AG die OLED-TVs an sich als Gaming-TVs auch bewirbt und auch vertreibt und die Optimierung dahin auch lenkt. Dementsprechend können wir jetzt hier schon vorweg sagen, dass der AG-G2, was das Gaming angeht, dem A95K hier doch durchaus starke Konkurrenz macht. Vor allem mit der Unterstützung für FreeSync Premium Pro, G-Sync als auch Dolby Vision Gaming sowie dem reinen HGEG-Mode. Denn das sind alles so Dinge, die der Sony A95K hier nicht unterstützt. Vor allem HGEG unterstützt er nicht, was natürlich etwas problematisch ist, vor allem in Kombination mit einer Xbox Series X oder einem Gaming-PC. Das sollten wir hier an dieser Stelle schon mal klar unterstreichen. Genauso der fehlende Support für Dolby Vision Gaming bei 60 bis 120 Hertz. Ist auch so eine Sache, da ist AG deutlich performanter. Vor allem auch wieder in Kombination mit einer Xbox Series X und Xbox Series S, da diese ja Dolby Vision Gaming unterstützen. Das ist etwas, was ich bei dem Sony A95K tatsächlich auch nicht wirklich verstehe. Er hat eigentlich die Ressourcen, die Leistung, um Dolby Vision Gaming zu nutzen. Hier hat sich wohl etwas bei Sony in dem Marketing problematisch dargestellt. Gut, das einmal an dieser Stelle. Auf jeden Fall müssen wir hier sagen, dass der Sony A95K jetzt nicht schlecht im Gaming ist. Das ist auf keinen Fall. Vor allem in der Kombination mit der PlayStation 5 hat der Sony A95K aufgrund des Auto-HDR-Tone-Mappings durchaus seine Vorteile. Und auch durch das erweiterte Farbraum ist, sehen HDR-Games ziemlich geil aus auf dem A95K, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und dementsprechend kann der Sony A95K hier deutlich aufholen und auch sich als guter Gaming-TV präsentieren. Auch mit einer Xbox Series X, als auch mit einem Gaming-PC. Nur der LG G2 ist aufgrund seiner Optimierungsmöglichkeiten, auch was die dunklen Bildbereiche angeht, was die VRR-Gamma-Problematik angeht und so weiter, etwas weiter voraus mit LG Spieleoptimierer und so weiter. Dementsprechend würde ich hier schon ganz klar sagen, was die Ausstattung angeht. Auch mit Firma HDMI 2.1 und so weiter ist AGs G2 EWOLED einfach der deutlich bessere Gaming-TV als der Sony A95K. Dann wollen wir noch einen kurzen Blick auf den Upscaler werfen. Und hier ist es so, dass AG mit dem Alpha 9 Game 5 Prozessor endlich aufschließen konnte zum letztjährigen Cognitive XR Prozessor. Der Cognitive XR Prozessor war letztes Jahr wirklich referenzverdächtig, was die Upscaler-Leistung angeht. Dementsprechend bewegen sich G2 und Sony A95K hier auf einem ähnlichen Level. Da kommt es auch immer ein bisschen unter, kommt es auf dem Filminhalt an. In Full-HD-Materialien kann man hier jetzt nicht einen großen Unterschied sehen zwischen den beiden Fernsehern, ob der jetzt der G2 besser ist oder der A95K. Wer hier einen Unterschied sieht, da möchte ich auch ehrlich gesagt etwas von Einbildung sprechen. Dennoch müssen wir hier an dieser Stelle schon sagen, wenn wir etwas kompliziertere Inhalte sehen, dann kann es durchaus sein, dass hier der A95K durch das etwas bessere Videoprocessing durchaus noch etwas weiter was rausholen kann, auch dank der Cudi-Ole-Technik und dem besseren Farbraum. Aber bei dem AG-G2 haben wir aufgrund der besseren Near-Black-Performance wiederum da Vorteile. Da würde ich sagen, dass beide Fernseher hier, was das Upscaler angeht, auf einem sehr gleichen Level sind und effektiv hier eine wirklich gute Performance abliefern und Full-HD-Materialien hier in ein wirklich glaubwürdiges 4K umwandeln. Gleiches gilt auch für die Zwischenbildberechnung. Hier bewegen sich beide Fernseher auch auf ungefähr einem Level. Beide haben eine sehr gute Zwischenbildberechnung, wenn nicht sogar eine exzellente Zwischenbildberechnung, wenn es darum geht, die maximale Performance zu liefern. Der AG-G2 ist hier noch etwas besser, was die Kantendarstellung angeht. Da hat der A95K etwas seine Probleme mit den sauberen Kanten, wobei das hier wirklich auch eher Meckern auf hohem Niveau ist und hier auch beiden Fernsehern wirklich eine sehr gute Zwischenbildberechnung bescheinigen möchte. Vor allem, was die Darstellung angeht, von 24p-Signalen auf 120Hz oder 100Hz hochgerechnet. Da sind beide Fernseher wirklich gut und liefern eine sehr astreine Darstellung. Um dem Vergleich jetzt abzuschließen, möchte ich noch ganz kurz Worte zur Audioqualität der internen Lautsprecher verlieren. Und hier ist es eigentlich gar nicht so schwer, ein gutes Fazit zu ziehen. Effektiv ist es so, dass der Sony A95K dank seines Acoustic Surface Plus und der Audiooptimierung eine deutlich bessere Onboard-Audioqualität bietet als der AG-G2E-Wallet. Der AG-G2E-Wallet klingt zwar nicht verkehrt, hat aber doch einen recht dünnen und recht leichten Sound, und sagen wir es mal so, beim Sony A95K ist es schon so, dass er einen sehr kräftigen, tiefen und druckvollen Sound bietet für einen Onboard-Sound und durchaus auch eine Soundbar bis 500 Euro ganz klar ersetzen kann. Dementsprechend ist es hier schon deutlich zu erkennen, dass der Sony A95K, was die Audioqualität angeht, dem AG-G2E-Wallet ganz klar überlegen ist und quasi mit dem auch den Boden auffischt, wenn man so möchte. Da müssen wir also beim AG-G2E-Wallet schon sagen, dass bei dem noch eine kleine Soundbar durchaus eingerechnet werden sollte, wenn ihr noch kein Soundsystem habt, das ist beim G2 auf jeden Fall Pflicht, wenn ihr eine gute Audioqualität haben wollt. Und beim Sony A95K sollten wir natürlich an dieser Stelle noch erwähnen, dass der natürlich den vollen Support für die DTS-Formate bietet. Das hat der AG-G2E-Wallet an dieser Stelle nicht, der bietet nur den Support für PCM- als auch Dolby-Formate. Hier ist der A95K, was die Formatunterstützung angeht, auch deutlich voraus. Okay, dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit, ein Fazit zu ziehen. Und ehrlich gesagt, hier ein Fazit für den Vergleich zu ziehen, ist gar nicht so einfach, denn beide Fernseher haben hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und schlagen sich quasi um die Krone. Einmal ist der besser, dann ist der andere besser, dann ist der schlechter und der andere schlechter. Und das ist gar nicht so einfach, hier ein gutes Fazit zu ziehen. Generell ist es aber so, dass ich in meinem Fazit natürlich die aktuelle Preissituation mit einrechne. Und das werde ich jetzt auch hier für in diesem Video tun. Und da müssen wir uns jetzt den AG-G2 anschauen, welcher aktuell in 55 Zoll stand, der 12. Oktober 2022 schon teilweise für 1.300 Euro den Besitzer wechselt. Das müsst ihr mal überlegen. Für ein High-End-Modell 1.300 Euro, das ist eine Kampfansage. Generell bewegt sich der Preis für 55 Zoll aktuell zwischen 1.300 und 1.600 Euro. Bewegt sich generell immer bei 1.600 Euro ungefähr. Der Sony A95K ist jetzt in den letzten Tagen auch stark in Preis gefallen. Dieser bewegt sich jetzt von 3.000 Euro runter auf 2.400 Euro, was natürlich schon ein etwas besserer Preis ist und an sich dem Fernseher mehr rechtfertigt. Das an dieser Stelle schon mal gesagt, das möchte ich auch sehr positiv und löblich erwähnen, dass der A95K schon mal etwas gefallen ist im Preis. Dennoch müssen wir jetzt hier beim AG-G2 die Ausstattung betrachten. Wir bekommen bei gut 1.300 bis 1.600 Euro Firma HDMI 2.1 mit der maximalen Bandbreite. Wir bekommen die Unterstützung für Dolby Vision Precision Detail. Wir bekommen die Unterstützung für Dolby Vision Gaming bis zu 120 Hertz. Und wir bekommen die bessere HDR Spitzenhelligkeit von bis zu 1050 Nits im Real-B-Szenario. Das ist etwas, was wirklich referenzverdächtig ist für die Filmindustriedarstellung. Wenn wir das jetzt mit dem A95K direkt miteinander vergleichen, haben wir hier für 2.400 Euro dann im Vorteil die bessere HDR-Performance an sich, was die Bilddarstellung angeht, als auch die Farbqualität mit der etwas erweiterten Farbraumdarstellung, an sich auch mit der besseren Farbkalibrierung. Die Farbdarstellung kann der AG-G zwar hier etwas mit der besseren Warmweiß- bzw. Weißpunktdarstellung ausgleichen, aber der A95K ist hier in der Farbqualität besser als der AG-G2. Das sind so Dinge, das kann der A95K jetzt hier für den Preis quasi auf die Straße bringen. Ansonsten in dem Gaming-Bereich, da ist der AG-G2 eigentlich ungeschlagen. Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium, G-Sync als auch die Unterstützung für HGEG sind einfach so eine Masse, die der AG-G zwar hier präsentiert, dass der A95K zwar mit Playstation 5 Auto HDR-Tormapping aufwerten kann, trotzdem nicht schlagen kann. Zumal AG hier auch mit dem Spieloptimierer und den Fein-Einstellungen der dunklen Bildbereiche als auch der Schwarz- und Weißstabilisator für die VR-Gamma-Problematik eine Lösung gefunden hat, um das zumindest etwas erträglicher zu machen. Das hat Sony hier an dieser Stelle gar nicht. Sie haben da überhaupt das komplett versäumt und haben auch gar keine Spieloptimierermöglichkeiten oder keine Spieleinstellungen separat zum Spielmodus. Und das ist etwas, was natürlich im Jahr 2022 etwas schwierig ist, vor allem bei einem Top-Modell, welches 2.400 oder gar 3.000 Euro kosten soll. Dementsprechend ist dieser Gaming-Aspekt eine ganz wichtige Sache und ist für die Leute, die natürlich mit dem Fernseher auch spielen wollen, auch ganz wichtig zu wissen. Da ist der AG-G zwar mit seinem günstigen Preis von bis zu 1.600 Euro einfach die bessere Alternative. Für Filmfans muss ich an dieser Stelle sagen, dass auch der G zwar aktuell noch eine Alternative darstellt, wenn der A95K weiter über 2.000 Euro kostet. Fällt der Preis unter 2.000 Euro oder unter 2.100 Euro, dann wird es kritisch, wenn der AG-G zwar weiter ungefähr bei 1.500 bis 1.600 Euro bleibt. Dann ist der Preisunterschied nur noch 400 bis 500 Euro. Und das ist durchaus der Aufpreiswert zum A95K, wenn ihr reine Filmdarstellung wollt. Denn da ist der A95K durchaus performanter durch seine bessere HDR-Performance als auch Farbqualität. Also unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass der AG-G zwar das bessere rundum-sorglos-Paket ist und etwas zukunftssicherer mit seiner HDMI-Sektion als auch mit den HDR-Standards wie Dolby Vision Precision Rendering. Der Sony A95K ist dann eine gute Alternative und eine bildqualitative Alternative, wenn der Preis unter 2.100 Euro fällt. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. In diesem Video haben wir quasi den Kampf der Giganten durchgeführt und den AG-G2 Evo mit dem Sony A95K QD-OLED verglichen. Und dies anhand meiner Messergebnisse. Und haben festgestellt, dass wir es hier wirklich ganz schön mit einem Kopf-am-Kopf-Rennen zu tun haben und letztendlich der Preis entscheidet. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesem Video euch in der Entscheidung etwas die Hilfe geben und euch das etwas erleichtern, sodass ihr wisst, dass ihr für euch den perfekten Fernseher findet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft solche spannenden Vergleiche nicht verpassen wollt, dann solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim TV-Auswahl und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!